Polizia Polizia Chㅎㅎ Komm mal nochmal, derliere kannste stehen bleiben Sankt Josef Einen guten Tag wünscht Ihnen der kroatische Automobilclub. Es folgt die aktuelle Verkehrslage. Wegen eines Verkehrsunfalls auf der Landesstraße DC1 in Sabok ist die Straße gesperrt. Starker Wind verlangsamt den Verkehr auf der Autobahn A1 Zagreb-Split-Ploce zwischen dem Viadukt Božici und dem Tunnel Svetirok und auf der Autobahn A6 Rieka Zagreb zwischen Kikovica und dem Tunnel Tuchovic. Die Fahrer werden gebeten mit Vorsicht auf regennassen und rutschigen Strassen in der Bergregion von Lika im zentralen und nordwestlichen Teil des Landes zu fahren. Der Pkw-Verkehr ist an den folgenden Grenzübergängen verstärkt. An Staragradiska bei der Einreise, Ankerstel, Marzel und Plovanija bei der Ausreise. Die Fährlinie zu Martin Makerska verkehrt heute nicht. Wir wünschen Ihnen eine gute Reise. Wahrscheinlich Bestandzucht oder irgendwie sowas. Ausdachsucht. Das ist ein großes Schiff. Ja, das könnte schon Split sein. 35 Kilometer. Da gehe ich nicht drauf. Das nächste ist Trogel. Da vorne. Also die Straße ist schon gefährlich, wenn du nicht voll konzentriert bist. Denn das verleitet dich sehr, sehr, sehr weg zu kommen. Das ist, glaube ich, der schönere Teil, der interessantere Teil der Adria. Ja, von der Landschaft her, abwechslungsfähig. Das ist eine Tourist Agency. Let's see. Hier fängt gerade aus. Bleiben wir sehen. D8 steht jetzt hier nicht mehr. Jetzt steht nur noch Straße da. Also auf der Straße sind weiß ich auch. Kann ich jetzt mal langsam fahren, ja? Boah. Drogi. Wenn du jetzt mal rechts irgendwo eine Bucht findest. Oder ich muss irgendwann mal zur Toilette. Ja, nur eine Bucht. Ja, ich kann hier eine Bucht pinkern. Dann werde ich ganz gerne mal eine Aufnahme machen. Nur hier siehst du nichts. Doch, ich kann hier oben drauf. Danke. Warte. 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 Jede ist druck hier auch eine Halbinsel. Ja, ja, jetzt sieht sie auch aus. Jawoll, durchgezogene Linie. Hier ist 60, ich fahre 70. Wir müssen auf jeden Fall nach Sollin. Hab ich aber nicht gelesen. 22 Kilometer. Oh, da ist ein Anhalterin, aber Riesengepäck. Die haben mir Nerven. Und hier ist 40 Kilometer. Das ist Wahnsinn. Vielleicht müsste es schon sein. Ja, weiß ich nicht. Doch. Aerodromisch. Das ist der Flughafen Trogeer. Die Autos die Liedel. Spannend. Liedel! Aber meine Blumen ist besser. Frankreich Aber hier steht 8, das geht auch in den Außenspiegel zu gucken. Das ist nicht gut, der müsste weiter vor. Weiter vor kann ich nicht. Ich musste auch einen Rückspiegel mit benutzen. Den benutze ich auch mit, aber ab und zu muss man auch in den Außenspiegel gucken. In 14 Kilometern müssen wir links abbiegen. Jetzt traut er sich nicht mal den Bus zu überholen. Er muss aber zügig vorbei. Okay, Tweet. Was ist die für eine Stadt hier in der Nähe? Spät! Das kann sein. Das ist einer aus Itzehoe. Da hat sich doch so eine Wolke da vorgeschöpft. Da hat sich doch so eine Wolke da vorgeschöpft. Die Pegelung da braucht man nicht mehr, aber auch noch. Dann wird es mit den Rücken auf der Nähe von 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 Möbeln. Leät von Gelskip. 10 km Du musst doch gar nicht links abdicken, warum musst du denn auf die linke Fahrrad? Abgefangen Noch 3,2 km Metro Was? Metro Was dachtest du? Ich hab nur verstanden, mit, mit 2,7 km 2,7 km In 1,5 km links abbiegen in die Straße Hulika-Stien-Panaradia Achso, Hulika-Stien-Panaradia Grün Grün Ja, genau Jetzt geht's in die Berge Wir fahren jetzt nach Kliss, weil man da eine sehr schöne Aussicht auf Split hat Haben soll Es wird nicht noch verlassen Karling Meempel Wer kann Ende Meempel? Griechen Jetzt machen wir den Gerot, die große Schleife. Das sind ganz oben auf dem Berg. Ach, da oben ist Wein, da oben. Also da kletter ich nicht rauf. Das sollte ich mir nicht antun. Das sieht aber hübsch aus. Filmst du? Ja. Sie sind am Ziel. Am Ziel. Das Ziel liegt rechts. Vielleicht kann ich mal hier drauf fahren. Dann werden wir eben den Wagen in der Welt noch weglassen. Das ist ein bisschen besser. Das ist ein bisschen besser. Das ist ein bisschen besser. Untertitelung des ZDF, 2020